Ah, sehr gut. Nicht wahrzunehmen. Aber Fledermäuse halten das nicht aus. Ist ganz logisch. Wir haben keine einzige Fledermaus hier auf dem Pestinkelgelände. Leute, ist beim Rock nicht normal? Bei Alice Cooper hängt manchmal der ganze Kerle voller Fledermäuse. Und Ossi Osborn hat sogar schon einmal einer Fledermaus im Flug den Kopf abgebissen. Auf einem Inlandsflug von Gatwing nach London. Was lernen wir daraus? Die Zähne putzt. Von dem Rocken nach dem Treschen Zähne putzt und nichts vergessen. Okay. Herr Schulich, Sie spielen nun Come on, fehlt der Neues? Auf der Philips Sonicare. Auf der Philips Sonicare Ultraschallzahnbürste. Ja, die einzige Zahnbürste gestimmt in C. Ja, Herr Schulich, eine Frage sei mir erlaubt. C-Dur oder C-Mod? C-Putze. Geschätzter Kollege, Sie hätten doch nichts dagegen, wenn ich seh ein klein wenig Musikalspiegler. Ja, aber ich glaube auch nicht. Und welches Instrument hätten Sie? Ach, ich habe hier meinen 2,3 Liter Ford Granada Motor. Okay. Meine Damen und Herren, hören Sie nun. Slates, come on for the noise. Gespielt auf der Philips Sonicare. Und dem Ford Granada. Drei, vier. Drei, vier. Musik Drei, vier. Drei, vier. Drei, vier. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018